Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 21. Januar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1154. Heute mit den folgenden Themen. Poliertuch, Fritz Repeater, Fritz OS 7.5, Office und OneMove. Ich starte gleich zu aller Rest mit dem Apple Poliertuch. Nennt ihr ein solches euer eigen und oder möchtet das noch tun? Jetzt gibt es übrigens eine Anleitung, wie man das Poliertuch auch wieder reinigt. Denn durch das viele Rubbeln an diversen Displays kann man da natürlich auch den ein oder anderen Schmutz mitnehmen, den man nicht drauf haben möchte und oder dann auf dem nächsten Gerät verstreuen möchte. Und deshalb hat Apple verraten, wie das Ganze funktioniert. Und weisst ihr was? Ich verrate es euch nicht hier im Podcast. Die einen interessiert es nicht, die anderen, die es schon interessiert, die klicken auf den Link. Ich habe nämlich einen kleinen Text dazu geschrieben. Es ist einfach, so viel sei schon mal gesagt. Dann hat AVM ein neues Produkt jetzt endlich auch in der Schweiz in den Online- und Offline-Handel geschickt. Was ist das? Der Fritz Repeater 1200 AX ist das gleiche wie der 1200er, also sein Vorgänger, einfach mit WiFi-6-Integration. Und somit freue ich mich schon vielleicht bald, meinen Eltern ein bisschen mehr WiFi-6 spendieren zu können. Mal schauen. Ab 81 Währungseinheiten ist man hier mit dabei. Auch haben sie ins Labor geschickt, und zwar für die 7590, wer Labor nicht kennt, die Fritz Labor. Das sind die Beta-Versionen, welche man sich auf seine Fritz-Box installieren kann, um schon zukünftige Funktionen oder Möglichkeiten austesten zu können. Ein kleiner Tipp von mir. Macht das vielleicht nicht, wenn ihr eine Familie habt, eine Partnerin und so weiter, oder nicht ohne dessen Wissen, weil es kann natürlich, auch wenn es eher gering ist, aber es kann vorkommen, dass da in so einer Beta auch mal was nicht ganz so läuft, wie es sollte. Und mit dem Internet sollte man nicht spassen. Was kommt in iOS, genau, in Fritz OS 7.5? Eine neue Möglichkeit für die Ansage des Terminkalenders. Man kann nämlich einen Terminkalender auf die Fritz-Box bringen und dann sich Dinge ausgeben lassen, wie wenn ein Termin hinterlegt ist mit dem Anrufer, dann heisst es, die Claudia ruft an, der Sepp ruft an oder Abfahrt zum Kunden XY und so weiter. Auch, und da freue ich mich fast am meisten darauf, ist eine neue Möglichkeit, VPN zu nutzen. Hier hat nämlich AVM fleissig aufgebohrt und WireGuard hinterlegt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann funktionieren wird. Der WLAN-Mash-Bereich wurde auch aufgebohrt, da gibt es bessere Durchsätze. Bei Smart-Home-Geschichten kommt ein bisschen was mit dazu, wie Fenster- und Türsensoren zum Beispiel. Das Fritz-NAS unterstützt XFAT, also die Windows-Geschichte, die nach FAT gekommen ist, NTFS etc. Und ein bisschen mehr Bedienungskomfort. Ich freue mich ja, wenn das ganze Fritz OS in seinem Backend endlich eine Suchfunktion bekommt. Das würde mir am meisten gefallen. Weiter geht es noch ganz kurz bei Microsoft und dessen Office. Für den Mac gab es ein grösseres Update. Das ist jetzt nämlich fähig, auch nativ auf dem Apple Silicon zu laufen, ohne die Rosetta-Geschichte. Das heisst, die neuen Office-Produkte oder die aktuellen Office-Produkte auf dem Mac mit dem neuen Update können jetzt direkt und eben vom vollen M1-Umfang profitieren. Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten von OneMove, denn die haben im Ende letzten Jahres besser gesagt das neue OneMove 5 oder OneMove V vorgestellt. Das soll das zukünftig oder das nächste Bike werden. Das ist in der relativ frühen Version schon gezeigt worden, deshalb gibt es noch keine in dem Sinn echte Bilder davon. Der Grund, weshalb man das gemacht hat, man wollte der Community zuerst mal die Möglichkeit geben, da Bestellungen aufzugeben. Was ist passiert? Über 10'000 Reservierungen sind eingetroffen aus der Community. Das ist natürlich eine Ansage. An erster Stelle soll anscheinend die USA und Deutschland stehen, Niederlanden. Das ist so die Top 3, die das Ganze ausmacht. Und ab Februar diesen Jahres wird die Bestellung, genauer gesagt am 8. Februar, für alle geöffnet. Zumindest in ausgewählten Märkten. Ob da Schweiz und Österreich mit dabei ist, weiss ich nicht. Deutschland gehe ich mal schwer davon aus. Wir werden es auf jeden Fall mitbekommen. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald schon wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.